Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallgeist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind heute bei Fallgeist schon bei Tag 9 und ich würde sagen wir starten direkt mal mit einer Runde. So sieht es aus. Wir haben auch unsere Skins geändert. Also falls ihr das gesehen habt, ich bin jetzt rot und blau und du hast jetzt das mit der Melonenaufgabe. Melonenauf? Achso, ja. Oder? War doch jetzt Melonenmuster. Ja. Okay. Mal schauen, ob du wieder dein Ding machst, dass du die Türen selbst aufmachen willst. Also nicht der Masse hinterher. Machst du nicht? Okay. So, hier stehst du mit der Melonen und ich stehe hier. Ich bin jetzt voll unauffällig. Das ist einer der ersten Mustang, glaube ich, der Wassermann kriegt. Ich bin auch unauffällig. Erste Türe steht, wo ich gewählt habe. Zweite Tür falsch. Ich gehe mal dir auf. Nein. Oh, ich bin erster. Bist du weit weg? Ne. Doch, oder? Dritte Türe steht. Oh, ja. Habe ich gerade gesehen. In der Mitte. Nicht in der Mitte. Ist er vor mir oder hinter mir? Ich bin jetzt gerade vor dir. Oh, warst du aber gerade hinter mir. Okay, bin drin. Und du auch? Noch nicht? Oh, das schaffst du. Das schaffst du. Was machst du? Willst du dich jetzt festhalten lassen? Geh lieber rein. Habe ich doch. Da hab ich geschopft. Sehr schön. Oh, der. Oh. Scary. Du schaffst das. In der nächsten Runde. Mal gucken, ob wir wieder so weit kommen. Ich glaube, bei dem Tag 7 war das ja, wo wir jetzt eine Woche schon hatten, sind mir beide sehr schnell rausgefallen. Ja, genau. Aber dann haben wir ja trotzdem noch zugeschaut. Ja. Oh, guck mal. Mit Punkte sammeln. Ja, das ist so. Das hat ihn, glaube ich, auch schon gehabt, gell? Ja, das ist eins, das ist mein Lieblingslevel. Oh, nee, ich mag das nicht so. Mein zweites Lieblingslevel. Ich glaube, wenn du in dem Silbernen gehst, kriegst du zwei Punkte. Bei dem Goldenen kriegst du drei Punkte, gell? Ne, vier, glaube ich. Vier, war das? Also beim ersten, da kann man nicht ins Goldene springen, wenn es sonst immer geht. Aber da beim zweiten, das geht. Wir springen mal da hinten rein. Ja, ich glaube, es ist so weit komisch gar nicht. Bis da runter. Ernsthaft? Ich bin ganz vorne. Und ich versuche, bei Gold reinzuspringen. Ja, ich bin viel zu früh. Abgehüpft. Ich bin bei Gold drin. Bei Gold? Ja, ich bin ausgefallen. Ich bin nochmal bei Gold. Ne, bei Silber, die war. Aber ganz hinten. Und... Oh, das ist doch... Ah, ja, 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 ja. Da krieg ich schon wieder die Krise, krieg ich schon. Die Krise. Ich bin nochmal bei Gold. Ich habe jetzt zwölf Punkte. Zwölf Punkte schon? Ich hab schon vierzehn. Alter, was ist denn mit dir falsch? Ich würd mal sagen, ich bin erster. Ernster? Oh, nein. Ich hab acht Punkte. Ich hab acht Punkte jetzt, ja. Du schaffst das, du schaffst das. Gut, zehn, zehn, zehn. Geh ins Goldne. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Dann geh da ins Goldne. Oh, was? Wie viel Punkt hast du denn da jetzt gekriegt? Das hatte ich gerade elf, gell? Mhm. Dann hat das das jetzt. Also fünf Punkte kriegst du für das Goldne? Nee. Doch, am Schluss kriegst du dann fünf Punkte? Ja, aber bei mir gab es nur drei. Oh, das musst du dann vielleicht noch am Schnitt nachgucken. Das hat mir ja ein bisschen mehr Zeit. Hast du eigentlich gesehen, dass der Bauch und der Po bei diesen Dingern so wackelt? Guck mal nach vorne. Der Po und der Ding wackelt voll. Das sieht man bei sich so ganz. Weißt du, wie die mir ein bisschen aussehen? Wenn die ganz gelb sind, wie diese Minions. Mein Gott, diese Bäuche wackeln so. Guck mal, den Hund. Guck mal, den Hund. Apropos Hund, wir holen ja einen bald. Also, wir haben schon einen. Das ist so süß und klein. Was macht denn der Wolf? Der läuft einfach nur hin. Oder der Hund. Der springt gar nicht. Ja. Ich hab den, wo ich kam. Hä, was macht der? Ich glaub, der checkt nicht, was er machen muss. Siehst du, der läuft einfach nur runter. Ich guck auch den Wolf zu. Was haben wir denn da? Noch zehn Punkte? Zwei? Ich glaub, der weiß auch nicht, was er machen muss. Der läuft hoch. Zum vier. Oh, doch, der hat was gemacht. Der hat was gemacht. Der hat vier. Das sind sieben, elf, vierzehn. Oh, doch. Ich glaub, der hat sich gecheckt. Okay, der Wolf ist weiter. Okay. Was haben wir denn da noch? Sieben, zehn. Ah, hier, der Zehner könntest du noch schaffen. Oh, nee, doch nicht. Ich würd sagen, ich schaff der, wo er zwölf hat. Oh, jetzt hat er zwölf. Oh, jetzt hat er vierzehn. Jetzt brauchen wir noch einen Punkt, dann ist er sogar weiter. Der hat's geschafft. So schafft man das, wenn man einfach nur an die Wand läuft. Mein Vogel hat schon dreidzelt. Ja, der hat's jetzt auch geschafft, mein Pferd. Oh, schade. Oh, Platz eins hast du. Hast du gesehen? Ja. Kam gerade das Logo. Ja, weil du ja als erstes drin warst. Ja. Ja. Jetzt falle erstmal die ganzen Leute raus, wo rausgefallen sind. Die es nicht geschafft haben. Mhm. Oh, so heiß. Mal gucken, ob er wieder ein neues Level kriegen. Ja. Ja, es ist heute wieder so heiß. Mhm. Ich glaub, wir kriegen kein neues Level. Ich glaub, wir kriegen 10 Bütze. Nee, Wirbel. Wirbel ist eigentlich auch ganz cool. Nee, ich mag's nicht so gerne. Es kommt drauf an, wenn zu viele dabei sind, dann ist es nervig, weil du läufst dann immer gegen die anderen dran, weißt du? Ja. Aber heute sind nicht so viele, oder? Wenn man vorne steht, hat man Glück. Okay, ich weiß den in der dritten Reihe. Ja, das stimmt. Ich bin weiter hinten. Was stehst du denn da vorne? Neun Leute müssen runterfallen. Kriegen wir doch easy. Ja, ich denk schon. Einer ist schon runtergesprungen. Ernsthaft? Ja. Oh, stimmt. Oder auch runtergelaufen. Na toll, ich bin runtergefallen. Gerade eben hat bei mir der PC etwas gerade gehoben, wenn ihr das seht in der Aufnahme. Und ja, dann ist es leider etwas blöd gelaufen. Aber gut, zum Glück hast du's. Geschafft. Hm. Da falle ich, da falle ich. Und ich hab's geschafft. Es könnte sogar sein, dass ich schon im Finale bin, oder? Und wenn diese Schleimbolzen, Brocken, Parcours, denkst du da, kommt? Nur so bei elf oder zwölf, keine Ahnung was. Ne, Sprungblock. Und was waren jetzt noch insgesamt elf? Könnte sein, dass die... Jetzt vielleicht so sechs Leute rauslassen? Ne, ich sag sieben. Sieben, aber da wird's ein bisschen eng, oder? Fünf. Dann sind wir sechs Leute im Finale. Hm. Sechs Leute im Finale könnte dann sein, dass das das Rollfeld und so wieder ist. Ich würd' sagen Krone. Ne, ich glaub, Krone kann man auch mit mehreren spielen. Ich würd' sagen mal ein bisschen hier, sonst seht ihr das ja gar nicht. Ich muss die Kamera weiter drehen. Warte mal, jetzt seht ihr mich. Achtung, kommt. Ich fahr drauf. Oh, einer ist runtergefallen. Achtung, kommt wieder. Ich weiß. Okay, ich hab's geschafft. Okay, ist sehr schön. Ich hab gesehen, wie einer runtergeschleudert worden ist. Ja. Mal gucken, was im Finale machen dürfte. Ja. Also mein Favorit bist du. Auf jeden Fall. Und wenn du runterfallen solltest, ja, dann... Oh, weißt du, was auch mal voll schwierig war? Das mit diesen Bombenwerfen. Oh mein Gott, letzte Runde Krone. Ja, stimmt, Krone. Hattest du schon mal gehabt mit diesen Bombenwerfen? Ja. Wo du musst immer den Ball aufnehmen, dann musst du das wegwerfen und musst jemanden abwerfen damit. Das hatte ich mal gehabt im Finale. Das war nicht ohne. Und dann fallen noch Felder weg. Dann kann man jederzeit runterfallen. Okay, ich hoffe, dass du sie gewinnst. Meine Hände sind ganz schwitzig. Auch wenn ich noch nicht mal die Tasse turberollt habe. Okay. Wieso sind die anderen so schnell? Ich verstehe es nicht. Ja, sind die Tick oder was? Ich bin ganz aufgeregt. Ich hoffe, du schaffst das. Nee, das sieht nicht so aus. Doch, doch. Der Ball, der war gerade ganz schön nah bei mir. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, oh mein Gott. Hey, du hast es geschafft. Oh mein Gott, das dritte Mal heute schon. Oh mein Gott. Das war jetzt noch cooler gewesen, wenn du jetzt am letzten Tag einfach das Finale geschafft hast. Aber jetzt haben wir es jetzt schon geschafft. Richtig cool. Ja, wie viele Punkte habe ich denn wohl bekommen? Warte mal. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Jetzt noch. Du hast 64. Gut, ich bin ja auch ein bisschen relativ schnell rausgefallen. 1.000, 2.000 Punkte. Ja. Boah. Ich bin bestimmt bei Level 90 oder allem. Aber wie gleich. Nee. Nee, Level 90 nicht. Uh, 68, 69. Level 69. Und du bist jetzt hier ein Zweiter. Mhm. Ich habe einen Kronen auf. Wenn du 17 gesammelt hast und dann kriegst du den neuen Flyer. Mhm. Boah, mega gut. Puh. Sehr schön. Okay, dann war es das mit diesem Video. YouTube schlägt euch jetzt noch zwei weitere Videos vor. Wenn ihr natürlich das auch so cool findet, dass Luana hier gewonnen hat, dann natürlich auch gern ein Like da lassen und falls es noch nicht geschehen ein Abo, würden wir uns sehr freuen. Mhm. Schaltet morgen ein. Morgen ist dann der letzte Tag. Ja. Dann sind die Herbstferien fertig und dann geht es auch wieder mit der Schule los. Also, schaltet morgen wieder ein. Okay. laden, frisch. Untertitelung des ZDF, 2020